Hallo und so Leute, zu einer weiteren Folge TTT Fun. Heute mit dabei Shiri, Mollerl, Chris, Dani, Jan, Dubs und Mikeluss. Hallo. Ich sitze auf dem Klo. Hallo. Ha, Antwort so schnell gemacht, Jan konnte mir nicht umbringen. Diese Folge, die wurde Ihnen passiert von Dani, die diesen Mac unbedingt wollte. Warum finde ich keine Waffe? Ich glaube, eine Farmer. Ich kann dir eine Pistole geben. Eine Pistole? Ah, jetzt habe ich auch eine 16. Boah, der Kühlschrank geht auf, das ist ja cool. Ja, aber da ist nichts Gutes drin. Genau, erst mal was essen, ne? Hallo, Jos. Hallo, Jan. Viel entscheidender ist, der Kühlschrank geht nach innen auf. Ja. Nein, ja, geht dir weg, Jan. Wollte nur aufs Klo? Nein. Bitte. Oh, man wollte nur aufs Klo. Hier ist die Toilette. Geht weg, hier ist die Toilette. Okay, auf dieser Map ist, glaube ich, der Möwensound normal, ne? Ja, okay. Ja, ich wollte gerade auch sagen. So. Hallo. Hallo Magnuts. That took good. Oh, super. Wie bist du zugegangen? Ich höre Schüsse. Und dann ist die Tür zugegangen. Und dann ist die Tür zugegangen. Und dann ist die Tür zugegangen. Mir ist die Tür zugegangen. Ich kann nicht mehr durch die Mäste umkleinern. Ich muss die Tür umkleinern. Ich muss die Tür umkleinern. Ich muss die Tür umkleinern. Magnus? Ja. Hallo. Hallo. Was soll ich mir vorlesen? Worried about death? Are you worried? You might be dead? Oh nein, hab ich da nie. Here's several easy ways to check if you're dead. Check for a pulse. If you don't have a pulse, you are dead. Check for breathing. If you are a thing, you are dead. Das stimmt so nicht. Du kannst ihn lohnen. Wieso geht die Tür mal zu? Was hat mein Vater damit zu tun? Atmest du nicht, bist du dein Vater. Oh nein, ich hab da ein Schi-Shi. Warte, bevor ihr mich umbringt, hier nochmal. Hier, check, warte. Und ich bin vergiftet. Checke nach intelligenten Gesangsen. Vergiftet? Oh, ich bin da. Lass uns jetzt was aussehen. Halt die Klappe! Ihr wird grad geschossen? Ich will gar nicht. Alter, da ist er. Alter, hallo? Ich hab mich angeschossen. Warte. Bist du das tot? Jan oder Moller? Jan oder Moller? Jan oder Moller? Ich hab auf Jan geschossen. Bleib stehen. Okay. Wenn ich jetzt gleich tot bin, das ist Magnus. Ja, das könnte ich genauso bei dich sagen, Moller. Ja, aber ich hab auf Jan geschossen. Ja, das war's nicht besser. Wo ist Jan hin? Jan läuft! Auf Jan! Auf Jan! Dann ist Chris! Was? Bleib hier mal auf! Auf jeden Fall! Es steht da! Alter, das steht noch! Alter, voll konzentriert aufs Spiel und Dani! Hier steht auch noch! Wenn du keinen Puls hast, bist du dein Vater! Wenn du nicht atmest, bist du dein Vater! Schneidest du dich und blutest nicht, bist du auch dein Vater! Nein, das steht noch! Das ist jetzt lustig, ne? Ja, ich find's auch lustig! Nee, da steht noch! Ähm, schau mal nach intelligenten Gedanken! Wenn du keine hast, könntest du vielleicht okay sein! Boah! Ey Leute, so kann man nicht spielen! Und schau auf deine Farbe! Bist du grün oder blau bist du tot? Ich dachte, jetzt kommt was rassistisches! Ich glaube, ey! Hat sie gut gesagt? Leute, wenn ich jetzt ne Leiche finde, weiß ich genau, was zu tun ist und wann wer tot ist! Oh, ich bin innocent! Du meinst, wer mein Vater ist? Ich auch! Wer dein Vater ist, weißt du jetzt? Ich bin mein Tag! Ich bin mein Vater! Ich seh schon! Die nächste Leiche! Jan ist mein Vater! Und Chris ist mein Vater! Oh nein! Oh nein! Er ist mein Vater! Oh nein! Oh nein! Vor mir wurde Chris zu meinem Vater gemacht! Oh nein! Oh nein! Ich kann mich da gerade auslaufen! Lass doch mal auf! Du schuldig! Oh, das ist so unfair! Meine Aussprache ist halt sehr, sehr schlecht! Dad! Dad is a problem! Hallo! 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 So stolz ist es nicht aufgefallen, oder? Nein! Es war auch alles richtig! Wie native speaking! Wie native speaking! Ich höre euch alle! Eroh, geht die Tür hier zu! Ist da wer? Damenklo, ich geh jetzt aufs Herrenklo! Ja, die ist zu! Die Damenklo, ich geh jetzt aufs Herrenklo! Die Damenklo, die werden es mal machen! Die ist mal stopp seitdem Josh zu machen! Schiri hat die Loris-Prüfung auch nicht bestanden! Das ist ne Kackwaffe! Hallo! Gibt's hier Kackwaffe für den Tausch? Hallo! 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 Ich hab nur Schrecks! Nein! Achso! Ich bin in die Menschen reingerannt! Oh Gott! Oh! Ich hänge! Ich hänge! Ich hänge! Ich komm nicht rüber! Oh, ich bin rübergekommen! Smile! Hallo! Ich hing fest! Ja! Ich bin fett! Was ist das? Oh! M16! Warte! Ich will shoppen gehen! Das steht mir nicht! Was? Wer? Dani? Ich bin Dani! Wollen wir shoppen gehen, Schiri? Da vorne! Victorian Secret ist nochmal! Ah! Ich fisch! Da kommt einfach ein Ork entgegen! Magnus Mann! Alter! Was macht ihr denn da? Das hat geschoppt! Das hat geschoppt! Ja klar! Das hat geschoppt! Und hier oben ist Blut! Ja, ich weiß nicht! Ich hab nicht geschossen! Bleib mal draußen! Jan! Das ist ein Fisch! Dann war's Jan vielleicht! Jan hab ich doch gesehen! Ja, Mann! Jan war's auf jeden Fall! Mann! 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 Ich bin auch in den Pool. Warum kommst du nicht in unser Badezimmer? Leute, wo habt ihr denn den? Wo bist du denn? Ich wollte auch den Wal haben. Jan, lass mich in Ruhe! Ich wollte nur den Wal spielen. Scheiße, ich bin in den Kreis gelaufen. Kann man jemand den Jan abnehmen? Jan? Jan, abnehmen. Jan, kannst du mal bitte abnehmen? Aber Jan ist doch schon so dürr. Das ist ein Walfisch. Du bist ein Walfisch. Du bist ein Walfisch. Das ist mein bester Freund. Oh, die Terroristen müssen langsam etwas machen. Ah, nein! Ich möchte noch nicht Vater werden. Jan, lass mich in Ruhe! Manfred! 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 Oh, da kommt jemand. Wester, da ist Chris. Oh! Warte, warte, fang! Hier bin ich der Triggerfinger. Oh, ich sehe jemanden. Oh, Chris, Chris, Chris! What the fuck, Dani! Ich habe das Gefühl, dass es Chris ist. Dani oder Chris? Einer vorbei. Egal wer. Daniel hat mich identifiziert. Ja, du hast dich identifiziert. Das ist ein schlechter Entschuldigung. Nein, nein, ich bin's nicht. Ich habe noch keine Zeit mehr. Ich dusche nur. Ey! Okay. Was machen sie? Ich dusche hier nur. In so einem fremden Zimmer. Was machen sie hier in meinem Zimmer? Ich dusche hier nur. Du hast extra jemanden getötet, damit du noch genug Zeit hast. Damit du noch Overpass-Zeit hast. Ich habe so lange jemanden gesucht. Chris, kann es sein, dass du gewartet hast, bis wir uns auftrennen oder so? Am Anfang. Ah, Mensch. Ich musste Chris töten, damit du mehr Zeit kriegst. Du verbraust es. Ja, ich habe so eine Karte. Ich dachte wirklich, Chris wäre es gewesen. Ich dachte, er hätte geshoppt. Weil er einmal so verdächtig einfach in das Moodle-Ja reingelaufen ist. Hey! Also ehrlich, ich habe versucht, ich dachte, man könnte vielleicht den Aufzug da anklicken oder so. An der Stelle. Sind wir uns auch alle einig, dass wir gezogen würden? Sie eigentlich was zum Anklicken? Ja, es gibt unten... Waffen kann man da aufmachen. Okay, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe auch Magnus Wal unter Strom gesetzt, da war ich schon im Pool. Ich will auch mal mit diesem Wal spielen. Mann. Ich bin ja die ganze Zeit mit dem Wal rumgelaufen. Manfessend. Es sind auch bald wieder Walen, ne? Wieso gehen die Türen eigentlich für den Epsch zu? Oh, guck mal. Alter! Ach, verdammt. Ich wollte gerade mal... Oh, das gibt aber schöne Hunde. Das ist... Darf ich den Diegel haben? Ich möchte wenigstens eine gute Erfahrung haben. Geil, Alter! Ach, hier weg! In der Zwischenzeit, Leute, ist Dani gestorben. Ich habe keine Ahnung, wer es war. Die anderen hören mich jetzt gerade auch nicht. Tut mir leid. Mir ist das Spiel abgestürzt, deswegen ein ganz kurzer Sprung von der Zeit. Erst ab 18. Okay. Oh Gott! Und ja, ich glaube... Da ist jemand gerade umgebracht worden. Hä? Wie lange? Auf den oberen Decks. Auf den oberen Decks irgendwo. Da ist schon ein bisschen was passiert. Draußen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay, gut. Ich werde mich jetzt wieder... Ja, hallo. Wo ist es denn? Ich weiß es noch nicht. Kann dir nicht sagen, wo es gerade herkommt. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ich quatsch mal so ein bisschen mit euch jetzt. Okay. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, quatsch mal mit euch. Und äh... Oh, sorry, sorry, sorry. Hä, ich dusch hier doch nur. Wollte grad sagen, Jan. Oh, fuck, Jun. Dein Sorry hat dich tatsächlich so zögern lassen. Okay. Gut. Was, Schiri? Dein verkacktes Sorry hat mich tatsächlich so zögern lassen. Ja. Okay, okay. Ich dachte, er hätte tatsächlich getriggert. Alter, ich habe von außen zugeguckt und dachte kurz, das wäre Chris gewesen. Weißt du, ich höre nur eine gewisse Art Schüsse. Denkst du, okay. Gehst du mal durch die Leute durch. Oh, Chris hat eine Waffe, die dazu passen würde. Aber... Ja, wer kennt das nicht? Da sagt ein Mädchen, komm in Dusche und dann gib dir den Headshot. So passiert das. Das hängt man sich durch, ey. Also, Dams, Dams, das ist die gute alte Regel, Headshot vor Kampshot. Oh nein, meine guten Punkte sind alle weg. Das Schöne war, dass ich sowohl Margris als auch Dani safe weggemacht habe, ohne gekocht zu werden. Und beide Leichen versteckt habe. Keiner hat sie gefunden. Aber ich habe doch geschrien. Ja, du hast geschrien, aber du hast nicht geschrien, wer es war. Ich könnte doch so tun, als wäre ich gut. Ja. Ich habe da gerade was gelesen. Ja, geschehen. Ja, war super von dir. Hallo, Mama. Perfektes Team. Warte, ich schließe dich ein. Nee, scheiße, die drücke ich auch nicht so. Was geht hier eigentlich? Was geht hier eigentlich? Guck mal, ich werde jetzt Sänger. Nein, nichts geht hier, ey. Nein, nein. Ich würde auf diesem Schiff nicht Sänger werden, denn die Stimmung hinter dem Podest ist ziemlich bombastisch, um genau zu sagen. Wir sind nicht so schön. Hey Chiri, wo bist du? Ja, sie hat doch gerade gesagt, sie steht auf dem Podest und singt. Ja, ich singe. Ich mache große Karriere. Komm mal mit. Nein, mach sie nicht. Chiri, ich brauch dich. Komm mal mit, komm mal mit. Ganz dringend. Ich soll wirklich mitkommen. Bist du dir sicher? Ja, komm mal mit. Ja, komm mal mit. Ja, komm. Komm mal mit. Ich brauche eine ehrliche Meinung. Ja, okay. Zu einem neuen Kleid. Moment. Christoph Hohlein macht von Dani. Dani ist es. Dani ist es. Komm, hör. Komm, hör. Komm, hör. Ich glaube, pink passt besser zu dir. Jans Stimme ist super. Wie sind diese Sprecher bei den Auktionen? 300, 300, 300, 300, 350, 350, 350, zum ersten zweiten. Ah, 360, 360. Also, ich glaube, Dani wurde gekocht. Soll ich von Jan. Das ist in der Mitte, oder? Du bist ein fucking Deadringer und bewegt deinen Arsch in meine Richtung. Boah, durch das Blaue kommt das Pinke bestimmt super. Super zu gelten. Kommt so ein bisschen dunkel. Und gleich kommt noch ein bisschen rotes Glute drauf. Ah, nice. Nice. Hallo, Dams. Wo bist du? So was. Sportfue. Boah. Hi. Kannst du bitte aufhören? Mann. Jan. So, ich lauf dir. Jan. Lass mich durch. Okay. Nein, geh vor, Josh. Geh vor, geh vor. Ich möchte, dass du mir sagst, wer es ist. Und dann töten wir. Und wurden geschotten. Jaja, das war ich. Josh, du bist jetzt befördert zum offiziellen Detehund. Du musst dieses Twitter auf dem Bauch spüren. Okay, spür. Spür, Josh. Jan ist Twitter. Halt die Schnauze. Komm nach vorne. Josh. Soll ich für dich auch ein hübsches? Ich hab glaube ich einen. Ich hab glaube ich einen. Wo bist du? Ich hab meinen Hund verloren. Ich hab meinen Hund verloren. Wenn das Herrchen die Leine loslässt. Ja, ja. Einmal nicht aufgepasst. Ich hab eine schöne letzte Ruhestätte für dich gefunden. Jan hat auf mich geschossen. Hallo. Shiri? Ja, ich hab auch dich geschossen, Daniel. Also mein Vertrauenswein zu Shiri ist nachhaltig gestört. Also mein Vertrauenswein zu Shiri ist nachhaltig gestört. Aha, Joshi. Ich, ich, eh. Ähm, Joshi. Joshi. Ich lebe noch. Hallo. Ich hab einen Magnutz. Okay. Joshi. Äh, Jan. Unter dir. Jan. Haben wir, haben wir, haben wir. Oh, warte. Märtyrer? Nee, keine Märtyrer. Okay. Ich hab eine Plasmagranate. Nice. Jan ist tot. Minderklo, Minderklo. Oh, von da. Jan hat sie umgebaut? Okay. Äh. Jan hat sie umgebracht? Ja, Jan hat sie umgebracht. Wir haben beide draufgeschossen. Aber ich war schon vorher proven. Jan war vorher schon proof, weil er sich vorher schon im Deckware geschossen hat. Shiri ist es. Ja, oh ja, guck mal hier, was ich hab. Also aus meiner Sicht. Ich bin auf dem Minderklo. Auf dem Minderklo. Was? Da kann der Traitor. Was? Moller war inno, ne? Moller war inno, oder? Ja, Moller war inno. Ja, komm. Hol ihn zurück. Ich hab zurück. Was hast du denn? Ich kann Dani holen, aber Moller nicht. Gib her, gib her, gib her. Ich mach das. Da war Shiri, da war Shiri. Ich hab sie gesehen. Ja, wow. Ihr könnt mich auch holen und mich befragen. Vielleicht hab ich euch erwarten. Warte, nein. Nein, nein, nein. Bitte. Gib mir Blitte. Invalid Target? Ja, genau. Warte, wir müssen ihn woanders hinschleppen. Mit Dexter Ketchup. Okay, ich nehme ihn nicht, ich nehme sie. Genau, du kannst du den Rezept mit uns auch. Ich beschütze ihn. Ratsch. 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 Er hat sich, glaub ich, die Eier eingeklemmt. Wir sollten ihn anders wieder beleben. Ratsch. Oh Gott. Oh ja. Türen, Türen, Türen. Oh, oh. Ich glaub... Ich hab da wen vergessen. Ratsch. 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 Er ist mit seiner Latte hängen geblieben. So. Hier sollte jetzt aber genug Platz sein, ne? So. So. Invalid Target. Invalid Target. Jan, wo ist Chris? Moller darf ich nicht wiederbeleben. Komm her, tschüss Moller. Da kommt's leider... Nein! Ach, da vorne! Vielleicht dürfen wir den, ja. Jawoll! Den darf ich! Chris, du bist gleich zurück! Aber du musst leider schweigen, wenn du wieder lebst. Weil tote Zombies sind nicht. Warte, du kriegst ne Pistel. Ach, das ist Jan. Zielt so auf mich. Voll panisch. Dams noch am Leben? Ja, sicher. Easy. Richtig. Ich hab hier... Alter, jedenfalls wenn ich die Taube höre, ne? Das ist Dams. Hallo! Piri! Oh Gott! Was? Hey, Jan, hast du mich getötet? Ich hab leider die ganze Zeit keinen von euch gefunden. Ändern überrascht. Ne, hab ich nicht. Okay, dann bedanke ich mich für's Zuschauen dieser Folge. Kann sein, dass ich dich angehilft habe. Und bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao, tschü, jau! Schaut überall vorbei, lasst überall einen Daumen da. Bis dann, tschüss! 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 Auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!